Willkommen zurück bei GTA Erzberg Watt Rodeo mit Fresh Franz Hallo Rodeo Rodeo Wahrscheinlich müssen wir den Berg hoch Erzberg Rodeo Kommen wir denn auf sowas? Ich weiß es nicht Ich will mich direkt abfucken Wer fuckt hier wen ab die ganze Zeit? Du mich? Er probiert schon zu zwitschen weißt du? Wo ich hinfliege Achso wolltest du mich abknallen Du hast dann verkackt ja Ich glaub nicht, dass wir hart abkürzen können Aber ich fahr auf den Weg hier auch Er fahrt einfach den Weg War glaub ich auch nicht das schlechteste Ey ich häng hier am Baum fest und fall runter Alles von neu Da haben wir den Punkt Ernährungsmine liegt Ja weiß ich auch nicht aus welche Richtung du da kommst Weiß ich auch noch nicht Ob ich da überhaupt die ankomme Äh Eeeh Komisch Er sagt er weiß nicht aus welcher Richtung ich komm und leg da Anlehnungs hin Hehehe Hehehe Echtige Asi Ja wenn man Glück hat ne Lag da echt eine Ja Hehehe War nur geraten Er hat sowas spart Hab da keine gesehen Hier liegt Boah da lag echt eine Hehehe Die ist sogar explodiert Hä Ach hier muss man runter Muss ich da ganz hoch oder wat Scheinlich Ich halte dich für eine Lüge Zweiter Speed Hä wo ist der Punkt man Da vorne Weil es erst ganz hoch Ich hab Bock hab runter zu fallen Leute da lag schon wieder eine Ja Muss es halt versuchen Oder nicht Richtige Asi Die ist halt auch explodiert ne Hehehe Komm ich hier rüber alter Ich glaub ich fahr den Berg runter oder Ich fahr halt auch den Berg runter gerade Oh Aber ich kann auch hochfahren Oh Wo ist denn hier der Punkt Ist hier im Tunnel Ach da Pssss Aua 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 Hast du den Punkt bekommen? Nein Ich fall den ganzen Hast du den Punkt nicht bekommen? Ich glaub ich hab Du musst nur das von davon Ich bin echt die ganzen Scheiße Verkauf in Speed Ja ich hab den genauso scheiße angefahren wie du Ich mach's halt nur besser ne? Ja mach's doch mal besser Ja mach's doch mal besser Ich hab den Punkt Huuu Da kommt der runter Und hast du aber was gelegt? Für mich Schau'n wir mal ne? Lass dich überraschen So haben wir's Hast du was gelegt für mich? Ah ich hab's ja schon Ich kann dir nix legen? Ernst Du fährst grad einen steilen Berg hoch oder was? Ach hier Ja Er wartet da oben Hä ich fahr du? Ja Da liegt Da liegt auch was Hehehe Boah Weiß ich nicht Hab ich nicht genau gesehen Nein Nein Kurz vorm Punkt ey Vorm nächsten aber schon ne? Denn da oben hast du Ja ja Okay jetzt geht's hier runter Mieter Miet dein wenig Speed Scheiße Scheiße We spawn Ich war viel zu schnell unterwegs Ja ja genau Ganz langsam rückwärtsgang hier Rückwärtsgang? Riecht Pusschen lang Da liegt der noch was Ernst Hä wo? Nein Nicht bei ihm sein Hehehe Ciao Ich glaube ich weiß wo du denn mehr kommst Hehehe Am Punkt vorbei Hehehe Was ist los? Ach Die Leute immer mit Vollgas hier rein Weiß und dann Ah kacke ist Ey schon wieder? Ernsthaft? Halt nach links man Nennt ihn Fresh Der Pro-Gamer Nennt ihn Fresh Sind wir am Ziel? Noch nicht Äh Wo der einen auch hinfährt der scheiß Punkt Hä? Wie soll man das schaffen? Oh da lag noch ne Mine Ach da bist du ja erst Bei Fresh Weiß ja auch noch nicht was man hier machen muss In die Röhre würd ich sagen Ja und dann? Destroy Wow Sorry ich hab den nächsten Punkt Endlich Schmerzt Ähm fahr ich am besten lang Liegst du auch rechts? Keine Ahnung Aber schnell Wär gut Oh oh das glaub ich nicht Wenn er heute noch beenden wird Nein Nein Ich komm nicht hoch Fuck Ach scheiße jetzt hab ich Respawn gemacht GG Aber dann wirds eng Würde ich sagen Ich hab den Punkt Ich hab den Punkt Ja Ben ist trotzdem nicht mehr Ja egal Ich hab den Punkt auch geholt Das ist schon geil Ich hab alles Ja Echt? Okay Wir sehen uns bei der nächsten Map Willkommen bei der nächsten Map executed worldwide Was ist du? Du hast doch gesehen dass du da bist Irgendwie hatte den nicht mehr gewechselt Wie hässlich deine Musik einfach ist Fuck Hast du denn gelb und rot? Gelb und rot Ja Passt doch voll geil zum Logo man Ah das schaut jetzt hin Dein Ernst? Ja da musst du eh es machen Dein Ernst Verleg halt auch schon Lass es doch fisch Deine scheiß Leiche Dein Ernst? Jetzt da trüben am besten noch ne? Ich hab keine Munni gekauft Oh fuck Du hast keine Munni gekauft Ich hab keine äh Annäherungsmünen Ich hab auch keine Annäherungsmünen Hä? Ich hab doch welche gekauft Jetzt wartet er extra bis ich da drüben bin um zu erzählen Ne Wow Kann ich es noch schaffen? Ne ich schaff es noch nicht Respawn lieber schnell Nicht zu weit Dreh dich Boah Ich hab's Ding Wer wartet da? Wer wartet da? Er hat's geschafft alter Das wäre nicht wahr Nein überdreht Aus dem Weg alter Ja da sind wieder die Stärken des Usiris Oh scheiß Voll überdreht und trotzdem noch easy dran gesieben Geil Du weißt aber den nächsten Punkt mal nicht Ne ist etwas länger hier Oh muss ich da abfahren? Ne oder? Warte ich warte Ne da ist der Punkt Nice Muss ich da abfahren? Ne oder? Ne da ist der Punkt Nice Fick dich ins Knie What? Papagei fresh ist am Start meine Freunde Was für zieh hoch Was für zieh hoch? Nein Was war das? Ich auch Was war das? Guck halt genau hin Direkt hinter dir Ich hab doch gesagt zieh hoch Als moll Als ob du das wusstest Hab ich doch gesagt Fuck fuck Jetzt hab ich's verkackt Hör auf mit mir zu reden Wenn ich fahre Hier wo zieh doch hoch Ich war doch draußen gerade schon Oh jetzt hab ich's verkackt Hör auf mit mir zu reden Wenn ich fahre Ich Ohne Witze Ich hätte raus springen können Ich wäre genau in den Punkt geflogen Kein Spaß Weil der so mega weit weg ist Zieh doch hoch du scheiße Oh ey Osiris ist für OneRights echt mega geil Ja als ob ich das schaff so Aber dann flippt er mich Weil mir hat er geflippt Aber halt wie Wisst die Fragen Ich denk die ganze Zeit Wo ist Aris Aber stellt er gar nicht mit Yo Kann ich weiterfahren? Yo wie flippt der? Was geht mit dem? Ich cheate den Punkt nicht Ey das ist scheiße Kiro muss übrigens Dieses mal ins Ziel kommen Er hat gesagt Er kommt heute noch einmal ins Ziel Und seitdem Irgendwie Seite und Map 9 Oder so Kann man nicht mehr ins Ziel Ja aber fuck ey Aber du hast es doch Dann nehm ich da auch noch Osiris Er flippt hier schon wieder Wie die Behinderter Ach Jetzt streckt der auch noch aus Ist klar Ey was mach ich da jetzt? Wo ist eigentlich der Punkt? Was mach ich da? Ich hab ihn leist Er hat's da? Nein Ey Was machst du denn hier? Explodieren Warum hab ich keinen Fallschirm? Kann man sich eigentlich einkaufen? Nein Man kann das Menü gar nicht aufmachen Du kannst ja auch keinen kaufen Ey wird schon wieder überdreht Gerade nach Osiris gelobt Jetzt überdreh ich mich immer Oh was mach ich da? Ja Ich komm grad nicht mal auf den Wallwood vernünftig Ich auch nicht Jetzt Jetzt endlich einmal Und jetzt verdreht Nice he wore the flip perfekt Erste mal dass ich den Flip habe Fuiere Schatz nice Fuck Wenn man das selber sagt Ist das Ist man nämlich immun dagegen Ey Ich hatte den auch Und bin einfach Come on Come on Come on Er hat den Punkt Scheiße Er hat's Mega nice Da hab ich's auch noch gesehen Ey Freunde wer kommt da wieder nicht ins Ziel? Hiro kommt wieder nicht ins Ziel Same Procedure as everyday Oh der Flip hat geklappt Im ersten Mal Ey hier sind einfach 35 Punkte hintereinander Nein Und dann verkacke ich's dann da einfach Kommt da vorne echt an das Ziel? Ist hier nichts mehr? Da vorne ist halt echt das Ziel Lächerlich Haben wir halt ne Ah ne Geht eigentlich von der Folge länger her Zehn Minuten ungefähr ne Bisschen drüber Können wir mitwollt schalten Nice Ja genau Zwei Weil er wollte das so oft machen Ne kannst du unbegrenzt Kannst du selber einsteigen Recht unbegrenzt? Ey ich wollt dran vorbeifahren Wollt Hiro nochmal überrunden und dann nochmal Nochmal überrunden vorbeifahren Demütigung Freunde Demütigung Jetzt hat er's aber NEIN Was musst du da? Ich muss dich doch noch weiter runter Du siehst ja nix Du siehst doch vorher schon wo der Punkt ist Nein Nein Wie hast du dann gesehen dass ich es habe? Ja als ich eben runtergefallen bin Ja Dann hast du doch gesehen dass man da runter muss Fuck you Leute wir sehen uns beim nächsten Mal Guckt mal fresh vorbei Das sind Leute Haut rein Ciao